jantara city nice wo ist das pokémon center turm der erkenntnis was haben wir da wohl von erkenntnis ist der beste trainer der welt sind vielleicht hallo was wollte sie wenn er mittelmäßig trainiertes pokémon ist mit dir flug typ flug oder psycho danke für nix naja ich will dass die mir was geben verdammt ich bin gierig die schutz brauche jetzt nicht mehr ok erhöht die verteidigung für pokémon die sich noch entwickeln können geben wir doch mal schlitz das tipps für trainer okay hier geht es weiter du suchst ja was ein arsch steht er da rum und lässt leute nicht durch nur weil er was sucht wie kann man so egoistisch sein unglaublich ach er der typ hier gibt es anscheinend kein hotel volltreffer kraft was gut die habt ihr denn du hast das normale naja was hast du oh hallo gif tipp kaufen wir mal gif tipp ich möchte gerne sachen verkaufen mein junge minipilz wenn noch irgendwas was verkaufen können das war es okay so wer kann ein gif tipp lernen goll god dammit 70 mmbh mmbh 16 19 10 baby schutzschild der ist seit feinbrit ist so scheiße egal weiter baby gefällt mir nicht labert mich nicht voll mister mega turm der erkenntnis okay dann müssen wir schon jetzt zum turm der erkenntnis wir können wieder in line erfahren hallo geile frisur mit hitter noch so spikes oben da war noch jemand drin okay jetzt ist er warum block der 1 so weil man in der mitte lang soll damit weil man die zwischen sequenz sich angucken sollte okay ich verstehe hallo möchte keine bären tauschen ich will einfach nur bären haben schade arena können wir noch nicht turm der erkenntnis natürlich jetzt kommen unsere freunde wieder ein stein hat stein kurioser stein junge der neiser stürben hallo was haben wir denn hier ist das lucario kann ich hier rein ok ach er ist mister mega ok wir haben einen kuriosen stein ach so unsere freunde hier truvato ja 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 wir sollten hätten die weit sagen müssen aber wir sollten die weiter was ist da draußen ok irgendwas ist hier im argen vollzählig ja 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 mega entwicklung ich weiß ja 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 gibt mir den mega ring dann müssen wir jetzt wieder gegen sie kämpfen na gut ja lassen wir ihn mal vorne kommen ran ich weiß gar nicht mehr ob sie die ist die das feuer pokémon hat oder das pflanzen pokémon ja aber nicht rum kämpf ok sie hört sich nach psycho an das ist ganz gut immer clown wetzen bitte das ist gut wir greifen eben physisch an so ist es stimmt ach das ist eine fehler scheiße das ist eine fehl ok doch nicht da haben wir doch was gegen zwar den z trümmerer ja na klar warum macht bis so viel schaden an uns und nicht ist doch nicht effektiv gegen unlicht ja klar voll treffer das ding ist sogar schneller fast das klingt nach das klingt nach pflanze funkenflug lasst die funken fliegen mein junge das pokémon sieht so weird aus die dritte entwicklung ist dann aber irgendwie wieder ganz cool wir wollen noch drei level für bock ok ja leider kein level apple frogo gibt mir den scheiß den scheiß armband das scheiß armband los der dr dr sind wir jetzt fertig mit dem reden die sich würdig es heißt dann würde ich anscheinend sollen wir erst mal die arena jetzt machen klatschen die halt mal schnell weg kommen ich habe das gesehen top äther ok in einem ironman run wäre das gut einmal heilen und dann ab zur arena was wird das wohl für eine arena sein kampf oder stahl weil lucario kampf stahl ist kampf war er da wäre nicht so geil muss ich sagen gegen kampf haben wir nicht wirklich was obwohl doch schlitz ist super gut weil er nicht getroffen werden kann und flugattacke hat so wird das typ kampf ok ich speichern einmal obwohl wir machen es mal so fangen mit frau an und er sich entwickeln soll ok hey Skalaborn Wohl, nehm Gestein Volltreffer Ey Ist doch Ist der nur Kampf? Ich dachte, der ist Käferkampf Äh Aero Ass Keine Wirkung Nice Oh ja, ein Level noch für Froggo Wir müssen Trainer besiegen, damit wir da rüberkommen Kann ich auch hier laufen? Ja Es geht hier Hallo Nice Bist du Pflanze? Pflanze Kampf? Ne, anscheinend nicht Oh Okay Einmal Stärke Sollte reichen Hoffe ich Jawohl Geotesto Das ist der Dicke Ja Ja Nein Ah Krit Und tot Ne, du nicht Aquawelle Goddammit Noch ein Volltreffer Hoffentlich killen wir jetzt Danke Alter Ey Okay Maschok Äh, wir müssen leider das Pokémon wechseln Schlitz, komm ran Ich weiß nicht, was Gesichter macht Tschüss Du Nice Noch Zwei Trainer So wie es aussieht Okay Wow Hallo Ey, ey Man muss den hinterherfahren Wie dumm Komische Arena Karadonis Karadonis Nice Bitte Triff dich selbst Jawohl Und mach's gut, mein Junge Das ist das Geile an Aquawelle Das kommt zwar echt selten vor, leider Aber Ähm Ja, wenn's vorkommt, dann Oh ja Level 36 Geil Hariyama, ne Komm Ich versuch's mal mit Bob Damit er sich vielleicht in der Arena auch noch entwickelt Hariyama muss gute EP geben Funkenflug Äh Oh Okay, dann halt so Von mir aus Ich salz Und tschüss Warum kann er Wirbelwind eigentlich Macht ja gar keinen Sinn Jawohl Woll Eisenabwehr Nee Nee Ja, ich Man kann ihn ja auf der letzten Entwicklung, glaube ich Offensiv und defensiv spielen Weil da, ne Ist ja so ein spezielles Pokémon, in zwei Formen Aber Das ist so neil, ich liebe dieses Pokémon Wasserschuriken Warum ist das physisch Ist doch scheiße Aber besser als Kanon Warum ist der denn Warum lernt der physische Attacken Ich reiz nicht Wasserunlicht Was Er war Ah, Stein Dora Okay Dann haben wir jetzt auch Unlicht abgedeckt Warte mal Dann können wir ihm ja Raub ist auch physisch Ähm nur physische Attacken Jetzt ist so nervig Komm Bob Hallo Grinde doch So Hä Wo ist denn Der letzte Trainer Hä Hallo Hallo The hell Was дисp İns Los 46 Die Vergen Die Bei Les Die man Hahn Hier ist einfach niemand. Ist das ein Fehler? Hä? Würde ich hier irgendwie alle Dinger mitnehmen? Ähm, Mama? Ah, what the fuck, wo kommst du denn her? Das war weird. Meditir. Funkenflug. Funkenflug. Aua. Damn. Da, 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 da. 33 für Balgoras. Duri. Das war so klar mit dem Mogelhieb. Oh, oh. Gut, dann machen wir halt die Drachen gut, weil die macht immer 40 Schaden, die Attacke. Tschüss. Da bringt dir Gedankengut auch nichts. Hm, 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 hm. So. Ah, da ist sie. Hallo. So. Ähm, schau mal. einmal vollheilen wir nehmen direkt schlitz nach vorne würde ich sagen ja wir machen auch folgendes was hast du denn noch mal für ein item wo steht das evo lied doch du hast evo lied ok volk sagen was ich wollte ihm gerade geben speichern wir doch einmal so ab geht's drei pokémon wie viel hast du den fuhr mogel geht schon mal nicht also ein free schwerttanz und steigerungsheb okay noch mal ein hey mogel hebe so geht er wäre doch sowieso fähig schlagen jetzt ehrlich noch ein ich bin greedy plus sechs jetzt weepen war alles weg was wird sie dumm Okay und mach's gut verteidigen verteidigen sinkt ja Heißladero, ähm, okay. Ah, ist auch sehr effektiv. Okay. Bringt dir aber nix. Tja, geil. Einfachste Arena ever, ey. Geil. Die hat ja gar keine Chance gehabt. Okay, Surfer. Steigerungshieb. Okay, der ist gut. Der Angriff. Ich habe so das Gefühl, wir hätten schon Zerschneider kriegen sollen. Muss ich sagen. Steigerungshieb. Wieder physisch. Mann, ey. Oh. Nice. Das war's schon mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt doch mal meine, äh, anderen Kanäle ab, hier, äh, und überlegt euch ein Abo und ein Like dazulassen. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020